Und ich muss wieder einschwanzen, so. Ui. Vielleicht treffe ich gleich die Headbox zu vorn. Das Feuerball schön ans Feuer werden, jetzt stehen wir hier. Nicht auf die Schaschekatte hauen. So wird auch was Feines rausgeschmiedet. Herzlich schönes Zackenschwert. Hey. Oi. Hoi. Im Ofen. Jetzt. Sofort. Was ist denn der? Du verdauerst, äh, du verträgst mich die Kohle vorweg, so. Schwert. Ist nicht das Guteißen. Sofort. 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 So. Letzte Kante schaffen wir noch. Hoffentlich. Nein. Abgekühlt. Nice. Ansh. Dann. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, was haben wir da? So, wir haben nen Erz. Oh, wow, Kreuz. Ja, 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 ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin da. Nein. So. Tut mir leid, er hatte mich gerade nicht, ne? Hatte wir einfach gerade nicht. Aber, wo hat denn hier? Ist da ein 8. Fakt? Orthodoxes Kreuz. Können wir verkaufen? Wo? Merchandise. Das knacken. Wo hatten wir gerade das Erz? Wir lagen nochmal hier in der Ecke, würde ich sagen, ne? Mal den zentralen Punkt. Eisenach sieht das aus. So, mach mal auf. Ne, ich brauche Kundschaft. Ich brauche 3, 150 Kilometer langsam. Das bedeutet, wir gehen mehrmals in die Tiefe und rauf. Lass uns einfach überraschen, weil das Tier gehen wird. Gold. Ah ne, ein Armreif. Perfekt. Ich werde mich schon mal direkt übersehen mit 8 Fakten. Ich muss erst mal sagen, das ist so ein nattes kleines Spiel. Ich muss bloß nicht vielleicht der Armreif hier aus dem Behälter rausfliegen. So. Aha. Die Decke versperrt mich ja so ein bisschen, ne? Weg, Decke. Ich will hier vernünftiger Tunnelbau machen. Ich will das nicht mehr so ein bisschen. Dafür brauche ich dich nicht. So. 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 Armreif. Was hat der für etwas falsches Buch? So. 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 Otto. Neues Item gefunden. Soə ich mal den von mir oder? Neues Erz in die Schatulle mit dir. Schatulle der Gewinne. Ah, konnte aber drin sein. Da war gerade ein Dreckraffik ein bisschen größer wie der Rest. Oh ja, Geld. Kuppe dazu bauen können, dass wir hier eine autonome Schmiede werden. Ah, das blockiert mich also. Oh, vergiss mich auch, du Haufen Dreck. Oh, was war da? Aha, Skillpoint. Was? Hier gerade noch was, ne? Nein! Erz, bleib hier! Mist! Bleib hier! Du bist gebraucht. Aber alles außer Kohle könnte ich hier drin bekommen. Ich vermute. Ich vermute. Ich vermute. Ich vermute. Seltene Schätze. In der Tat. Oh, Level Up. So, schnell aber schmieden. So, fuck it, bleibst hier. Kundschaft, ich komme. Oh, ich bleib Kundschaft. Ich brauche einen Behälter. Ich habe eine Sims Seele. Eisen? Oh, Silber. Eisen? Oh, Silber. Oh, geht da? Ah, ein Skelet-Kroska. Und doch, das war eine einzelne Kohle. Ja. Oh, das war's. 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 Okay. Oh, das war's. Ja, da haben wir schon mal einen schönen Griff gefunden in der Mine. Ist schon mal was besseres.